Hallo und herzlich willkommen zurück zu Arvorion. Ja, weiter geht's mit der lustigen Piratenvernichtung. Ich guck mal, gerade habe ich denn was Interessantes eingesammelt. Doppel-Eisen, Point Defense, Point Defense, Maschinengeschützturm. Ja, gut, ist jetzt nicht so ganz, was wir brauchen. Aber ich könnte trotzdem den hier einbauen und halt bewaffnete oder den hier könnte ich einbauen und halt den hier noch drauf. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Dann habe ich noch einen Maschinenturm, nämlich mehr. Das Problem ist, ich habe dann keine Besatzung dafür. Mal gucken. Genau, das dachte ich mir nämlich. So, habe ich noch Crew irgendwie da? Nein, habe ich nicht. Okay, alles klar. Dann muss ich ihn trotzdem wieder wegmachen. Dann mache ich ihn trotzdem wieder weg. So. Und dann mache ich aber auch das System wieder raus. So. Okay. Gut. Ah, da vorne schwebt noch was. Was bist denn du? Ein Chaingun-Geschützturm. Ist ja fast wie... Als wie, wenn ich das... Ne? Maschinengeschützturm. Ja, gut. So gut ist er jetzt aber auch nicht. Ja. Okay, also wir haben nichts Vernünftiges. Okay. Ähm, wir fliegen mal dahin und gucken mal, ob wir es mit denen auch aufnehmen können. Wäre ja gut, wenn. Und der Frachtraum ist gar nicht mal so falsch an meinem Schiff, sehe ich gerade, weil ich habe dadurch ungefähr das Doppelte an Hülle. Das ist echt super eigentlich. Ich lasse den mal dran, trotzdem. Das Schiff fliegt sich zwar ein bisschen eigenartig, aber ich habe halt mehr Hülle und von daher halte ich halt insgesamt auch mehr aus. So. Integrationsfeld-Kennendratoren könnte ich mal noch gucken, ob ich irgendwie dran bauen kann. Oh, geht schon direkt los. Hallo? Schieß die mal. Da habe ich mal noch ein paar Waffen dazu hier. Oh nein. Sie sind ein bisschen stärker. Oh, jetzt sogar. Das war eine ungewöhnliche Waffe. Zweifach Chaingang geschützt. Wo ist es schon gefunden? Gar nichts. Aber es könnte klappen. Es könnte gehen. So. Ah ja. Da kommt der Nächste. Oh, shit. Und noch ein neues Geschützkontrollsystem sehe ich gerade wieder. Boah, Aua. Das tut weh. Das macht ordentlich Schaden. So. Wir hoffen einfach, dass wir das irgendwie überleben. So. Ist jetzt hier noch was? F9. Mal kurz gucken. Nein. Okay. Perfekt. Gut. Wir haben ordentlich was an Schaden eingesteckt. Aber. Ist das in Ordnung? Wir haben neue Sachen bekommen. Gleich mal gucken. Was gab es denn schönes? Ähm. Den hier gab es? Dort 76 Schaden macht er. Ja. Ist in Ordnung. War alles nur Eisenwachen? Ne, hier. Zitanwachen. Wenn es zu Eisen ist. Peen geschützt. 90 Schaden. Ich glaube, die Geschäfte ist stärker als vorher. Hm. Okay. Gegen entern. Okay. Kann man jetzt hier noch Schiffe entern? Ja. Irgendwie schon. Okay. Das wusste ich gar nicht. Oh. Ich habe jetzt sechs Warten. Ich brauche nur noch ein paar Katoliere. Endlich mache ich auch ein bisschen Schaden. Vielleicht habe ich damit nicht auch abfragen mit den ganzen Waffen. Ja, sozusagen. Also du kannst das Zeug halt sehr schießen und dann wirst du eigentlich auch was rausploppen. Sechs Geschütztürbe und zwei Bergbaulaser. Okay. Gar nicht so schlecht. Mein Schiff wurde gerade ziemlich zerschossen. Oh ja, das sieht schon besser aus. Hey, wo gibt es keine Niedade? So, waren doch mehr Schiffe hier. Kapitän ja. Ja, also dieser Trägheitsdämpfer ist schon nicht schlecht zum Bremsen, muss ich mal sagen. Ja, eben, Serge hier. Cool, ich habe einen Anheuerung, das ist ja nice. Aber gleich vier, mich an. Oh nein. Oh nein. Kann ich mein Schiff reparieren? 12 Kanoniere brauche ich, wie viel habe ich? Sechs habe ich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, der dauert Ewigkeiten, bis er weg ist. Oh shit, ich brauche mich auch nicht raus. Käpt'n Spitzenmilch. Eigentlich könnte ich noch ein zweites Schiff und gleich noch einen Käpt'n holen. Hast du mittlerweile diese Lady bekommen vor den... Nee, irgendwie noch nicht. Gibt's ja nicht. Ja, echt. Durch einige Systeme da aufgesprungen. Na, hattest du die schon raus? Ja, ja, ich hab die schon. Die minert bei mir. Ich brauche noch eine Verwendung für meinen Käpt'n, aber... Ich brauche das auch für den zweiten. Da war ja einer, das würde eigentlich von alten an. Naja. Da bleib' ich erstmal. Perfekt, weg mit dir. So, trotzdem wär's cool, jetzt so einen Bergbauturm noch zu haben. Jetzt bin ich wieder da hoch. Doppel-Eisenabwrack. Sehr gut. Bam, bada-bam. So. Doppel-Eisenabwrack. Jaaa, gut. Ja, gut. Gibt's geiler... geiler Türme. Von daher... Jaaa... Hm? Muss man jetzt nicht unbedingt. So. So. Ich hoffe halt echt, dass da noch ein bisschen was rausploppt. Na echt? Na echt? Oh, cool. Und da ist was geklippt. Und was war's? HS-Überbrückung. Was immer das ist. HS-Überbrückung. Hochgeschwindigkeit. High Speed. Hm. So. Jetzt waren doch drei. Zwei habe ich. Wo ist der dritte? Ah, diese Schiffe wiederzufinden ist immer echt übel, wenn man sie abgeschossen hat. Zwei Schiffe habe ich wieder gewunden, aber den dritten finde ich gerade nicht. Hast du den Captain abwracken? Jaaa... Wäre schon fast das Beste. Ah, der findet bestimmt. Ja, der findet's. Da schwirrt noch was rum. Wir wollen mal gucken, jetzt hier noch was tolles zu kaufen. Eisenbergbau, Eisenbergbau, Eisenbergbau. Schiengeschützturm. Abwrackgeschützturm, wie ist das? So. Oh, der ist gut. Eisenbergbau. Eisenbergbau. Der Abwrack, äh... Ist auch nicht schlecht. Eigentlich, weil der halt 24 Schaden macht. Aber der macht 46, der ist noch geiler eigentlich. Ja, okay. Moment, was habe ich denn momentan dran eigentlich für einen... Den hier? Der hat 35. Okay. 23. Eigentlich könnte ich da... Ja, doch. Ich baue... Ich baue noch einen dran, auf jeden Fall. Ähm... Dazu muss ich allerdings erstmal wieder... Wohin? Wo es eine Station gibt. Das ist hier gar nicht mal so einfach, hm? Hier ist hier nichts. Ich bin ja mitten im Nirgendwo. Ah ne, da gibt's ja auch nichts. Zwei Tore. Äh... Naja. Ist irgendwie für'n Arsch. Na, war ja echt Sinn? Geotrop. Hm. Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen in die Richtung. So. Wir müssen in die Richtung. So. Wir müssen in die Richtung. 41.000 kostet so eine... Rekonstruktionsmarke hier gerade. Okay. Auch Zeurer, je größer das Schiff ist, habe ich so das Gefühl. Ja, glaube ich auch. Ja, schön. Es ist alles schön abgedeckt trotzdem. Cool. Yo, gibt's. Was? Ne. P? Wieso eigentlich P für's Schiff? Verste ich nicht ganz. Drei mit dir. Und dann... Doppelmaschinen. Geschützturm. Branda. Ja. So. Bitteschön. E. Dank. Eins. Eins. Ja. 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 Dann fliegen wir mal zu diesem Notruf, würde ich sagen. Moment. Moment. Schiffe reparieren. Haben wir einen Reparatur-Dock? F9. Schiffswerft haben wir hier. Passt. Ressourcen-Tipo hätten wir auch da. Wo ist es denn? Dann. 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 wieder. Dann kann man wie ein Refunkenangstern laufen. Okay. Absicht ein weiter. schnell einen etwas kamen. Achso. Genau. Ressourcen. Wo ist denn hier dieses Ressourcen-Ding da hinten? Aber du bist, gibt es ja auch einen Ausrüstungs-Dock. Jo. Da gibt es nur Eisen-Sachen. Bis ein, zwei Titan-Sachen, ja, aber nö, nicht das, was wir suchen. Kein Bergbaulaser. Zumindest bei mir nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ob du vielleicht was anderes zu kaufen hast, als ich hier? Ach nein. Moment. Erstmal wieder. Oh, cool. Ui. Sehr cool. Ich hatte 5000 Titanen an Bord. Also, Titan-Schrott. Schön. Ich mach mal noch mehr Schrott. Hahaha. So, na, kurzes Leiber. That's it? Mhm. So, na, kurzes Leiber. Meine Katze schreit, hm? Wenn sie mir sagen könnte, was sie will. Wär's schön. Hahaha. Unser falscher Notruf hat ja wunderbar funktioniert. Du bist so gut wie tot, du Marde. Alles klar. Na denn. Und? Unser falscher Notruf hat wunderbar funktioniert. Oh je. Also, brauchst du Hilfe? Ich bin in der Nähe. Aber wär gut. Wär ganz gut, glaub ich. Ich geh jetzt. Wir wissen, ob du da so schnell rumkommst. Uah. Hast du höhere Sprungreichweite, oder so? Nö, richtig nicht. Ich bin halt hier so rumgeflogen. Oh, da war einer weg. Oh Gott, was es hier gibt. Wir müssen auch noch piraten. Ein Schiff. Oh, das zeigt mir gar keine Piraten-Belle an. Auf Einsprunge bin ich da. Boah, Autsch, das ist dann weh. Ein riesen, dicker Torpedo eingeschlagen. Hm, das ist böse. Na, 5 Sekunden. 4, 3, 1. Ja, ja, können doch. Sie auch, ja, ich komme. Warum geht der Boost jetzt wieder nicht? Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob es los ist. Ich brauche doch noch so einen Shade. Irgendwas ist immer. Ah, das ist auch noch. Vielleicht da. Wir sind überschnell tot. Beide Waffen. M1 ist tot. M2 ist tot. Ah. Das mit den Zielen klappt öfter, meine ich, so wie es soll. Ja, aber so klar, ne? Alien-Schiffe. Können wir die auch noch bleibt machen? Ja, klar. Wo sind die denn? Oh. Da hinten. Moment, da unten gibt es noch was zu rufen, oder? Ich flieg da mal hin. Oder sieht das nur so aus? Ah, hier gibt es noch was zu looten. Ah. Die darf ich nicht einsammeln, die musst du einsammeln. Die Teile hier. Hier, komm mal zu mir. Hier liegen Sachen für dich oben. Ich kriege immer denselben Scheiß. Doppel-Point-Defense-Chain-Gun und Doppel-Chain-Gun. Ich krieg nur-Chain-Guns. Drei-Point-Defense-Chain-Guns und... ...und sechs-Chain-Gun-Geschütze oder so. Chain-Guns. Boah. Oah. Oa. Ja, kann man. Der tote Augenhahn. Hier liegen wir in der Sache wirklich rum. Schützkontrollsystem. War das eine Mission oder was? Naja, das war halt wieder so ein Notruf. Achso. Wir wollten mal Hinterhalte eigentlich, oder? Ja, Hinterhalt, genau. Ich hab mir das schon gedacht, deswegen bin ich hier erst ziemlich spät hingeflogen. So, haben wir hier noch was zum abracken irgendwo? Man sieht das echt immer so schlecht, ich find das furchtbar. Ein Piraten hier nebenan platzt. Ich bin da. Ich bin da. Hier ist das Ding. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Das war nicht was an Titan. So. Und da schwebt noch was rum. Oh, da hat ein Verteidigungswaffensystem. So, was ganz schönes. Oh. Nicht so schlecht. Mal nach Typ sortieren. Und... Ja. Eisenablock. Defense. Ah, jetzt krieg ich die Lady. So wie es aussieht. Backpower, Eisen. Backpower. Hier. Den hier, den hier. Ich mach mal den hier dran, würde ich sagen. Statt... Was haben wir hier noch? 28. Ja, könnte man eigentlich auch austauschen. Die beiden hier. Ohpala. Gegen eben diese 28er. Hä? Ist der hier und sagt, bitte lass uns anfangen, dann passiert aber nichts. Okay. Hm? Du musst jetzt die Lady irgendwie kontrollieren oder nicht? Ja, aber die ist nicht hier. Achso. Sehr doof. Der labert nicht voll, der steht jetzt da, lass uns anfangen und dann passiert nichts. Boah. Toll. Schönen gemacht? Hm. Schönen lassen wir das gut sein. Machen wir das später selber im Schiff. Abschießen? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Geht's? Die demokratischen Piraten fahren hier irgendwas. Die Piraten abschauen, nichts erzählen. Ich verstehe nicht, wie es hier auf dem Punkt kommt. Okay, lass uns anfangen. Geht nichts. Geht nicht. Hoppa. Kein Extraschiff für mich kostenlos. Schade. Ist ja echt nützlich. Hm. Geht's mir noch irgendwo irgendwas, was ich übersehen habe, was man abwracken kann? Abwrackleger auch noch nicht, sonst könnte man ja was abwracken. Aber, kannst du essen? Hm. Point Defense, Point Defense, alles Point Defense. Spitzmäßig, das was man eigentlich braucht. Kann ich alles verkaufen? Ganz Geschützte sind alle sinnlos, die ich bekomme. Moment, lass mal grad was gucken. Hm. Ich flieg mal dahin, glaube ich. Da oben ist eine Waffenfabrik. Vielleicht können wir da was bauen oder kaufen. Hm. Ich flieg mal dahin, glaube ich. Da oben ist eine Waffenfabrik. Zulieferer? Okay. Wie viel Hölle hat dein Schiff jetzt eigentlich? Shelley. Noch ein Gezy pouring out. W oak teeth und rein et der glaub ich hab quelqu'cha. Eliot gut. Fangfangfabrik. W champdriving. Und das ist alles. Stefan Film. Langsam. In deinemomer. Auchания. Werken habe einfach mit Herz piace? Ja, wirklich? 修 Da sagt er nichts zu mir. Bist du noch da? Ich bin ja gerade im Kampf, ich glaube ich sterbe gleich. Achso, sag halt was. Ich fliege hier blöd durch die Gegend. Wo bist du denn da unten? Oh Gott. Echt? Hätte ich das gewusst. Ich habe echt viele zerstört, muss ich sagen. Aber es sind einfach zu viele, das hört nicht auf. Zehn Schiffe, ach Gott. So, ich bin gleich da. Ich habe noch zwei Striche. Oh Gott. Wo, wo, wo? Drei Schiffe. Okay, noch eins. Ich habe eigentlich alle abgeschossen. Achtung, Achtung, Achtung. Noch anderthalb Striche. Boah. Also hier gibt es aber jetzt ordentlich was zum Abwracken. Äh, ja. Ich bin ein bisschen zu spät gekommen, glaube ich. Das war riskant, aber es hat sich gelohnt. Ich hätte dich fast mit meinem Schiff weggeschossen. Oh Mann ey. Ich wollte schnell hin. Ich bin wirklich so gut wie im Arsch. Noch anderthalb Striche. Schon wieder Point-Defense-Chain-Gun. Wirst du mich verarschen? Jetzt salvaging. Tutorial zumindest. Und irgendeinen Mining-Turm habe ich auch gekriegt. Das war das. Oh, was ist denn das? Boah, Geschützkontrollsystem. Außergewöhnlich. Geil. Okay. Plus drei unbewaffnete oder bewaffnete. Wenigstens was? Oh, noch mehr. Doppelmaschinen-Geschütztor. Abwrack-Geschütztor. Und der ist doch nicht schlecht. Von Eisenhauer. Bergbau-Geschütztor. Das ist echt gut hier. Dreifach-Maschinen-Geschütztor. Exotisch. Mit 126 Schaden. Boah, fuck. Ja, das ist ordentlich. Was? Da schwebt mir so ein... Rott vor der Nase rum. Machen wir hier weiter. Ja. Okay. Ich habe acht Titan-Maschinen geschützt, so. Oh Gott, das gefühlt sich. Aber die sind halt nicht toll. Oh, 9,7 Schaden. Achso, ja, das ist ja nix. So, die Reparatur ist natürlich schweineteuer. Oh Gott, eigentlich will ich mir gar nicht leisten. Ich habe nicht genug Eisen. Okay, wie viel Eisen brauchst du? Hundert oder so. Hm? Hundert oder so. Ja, das ist ja überhaupt nix. Moment. Das ist ja überhaupt nix. Ich schmeiß mal was in die Allianz. Hm? Irgendwas rum, was mir gehört. Ich will nämlich den... So. Bitteschön. 10.000 Eisen. Einmal eben einbezahlt. Nimm dir. Das sieht so viel Eisen aus. Ja, ja, ich habe 50.000. Schützkontrollsystem. Eisen habe ich und was. Da kann ich ja eigentlich... ...an oder innen. ...an oder innen. Das ist ja auch so. Oh mein. Was ist jetzt noch? So. Cool, jetzt kann ich ja aussuchen, ob ich noch einen Bergbau tue. Ich habe auch noch einen geschützt. So, da habe ich jetzt auch mal Abfrag geschützt. Bei Abfragen ist teilweise gar nicht so schlecht, ne? Um an Ressourcen zu kommen. Ja. Oh. Dein Schiff sieht besser aus als meins. Definitiv. Ja, guck mal. Ich habe hier Cargo links und rechts dran gepappt. Einfach nur, damit ich halt die Mission machen konnte. Ich habe nur kleine Cargo-Kütteln. Aber es reicht erstmal noch. Ich habe wieder 2000 Titanen-Shot erhalten. Nur von dem einen Wrack hier gerade. Wenn ich das umwandeln lasse, das ist schon... Ja. Ja. Reparieren. 28.000 Credits mal. Was? Okay. Hast du so viel? Hast du so viel? Ah ja. Okay, gut. 2000. Na gut, wir können aber Abfragen jetzt. Ich habe gute Waffen zur Verteidigung. Ich kann 10 Piraten auf einmal platt machen. Gerade so. Eigentlich könnte ich den ja auch mal selber abwracken lassen. Hier ist ja ein Pappen drin. Da könnte ich mich mal ein bisschen entspannen. Okay. Habe ich nicht. Mal in die Drohne. Oh, wir sind auf Überlänge. Ich sage Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Abfragen.